So, 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 da sind wir wieder zu, äh, Frozenheim, jetzt wollte ich tatsächlich schon Valheim sagen. Äh, Einzelspieler, Spiladen natürlich, hier sind wir stehen geblieben. Da wollen wir doch glatt mal reingucken, ähm, so, feindliche Armee ist aufgetaucht, ähm, ich weiß nicht mehr wo, auf jeden Fall nicht in unserer Base. Äh, die anderen lassen wir jetzt da drüben erst einmal stehen, wir wollen, der Sammler gilt ja wieder ein neues Gebiet zu weisen, ähm, da. Äh, wir brauchen noch drei Runen, ja. Das kann ja noch was werden hier. Ähm, hm, 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 hm. Das kann ja nicht mehr Essen haben hier. Das kann ja nicht sein. Hier, was waren das jetzt überhaupt? Äh, die Rekrutierung von Einheiten erfordert keine Nahrung. Oh, nice! Coming soon, coming soon. Okay. Drei Runen brauchen wir noch. Hm. Das war der Markt, da wollten wir jetzt nicht rein. Der Holzfäller hat hier hinten seine Fahne, okay. Ähm, Haus, Haus, Haus. Sammler-Gilde, erntet wo ab? Die kann da abernten, ne? Ähm, hm, hm, hm. Eigentlich müssen wir die Palisaden alle wieder abreißen, ne? Haben wir jetzt... Haben wir jetzt... Alter, haben wir schon das Maximum? Holy... Ne, haben wir noch nicht. Ähm... Na, ne, komm, wir bleiben mal bei drei. Ähm, wir fangen da an. So. Äh, tut, 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 tut. Komm. Achtzig nah und das werden wir noch hinkriegen hier. Oh, scheiße, ich war zu langsam. Ähm, ähm. Was ist mit... Was ist mit meiner Nahrung? Ähm. Okay. Die kräht... Äh, die kräht, alles klar. Die geht grad ganz schön den Berg runter, die Nahrung. Äh, wie viel Holz? Ah, wir haben nix zum Tauschen, ne? Außer vielleicht das hier. So. Jetzt haben wir 800 Nahrung, jetzt können wir das hier freimachen. Jetzt brauchen wir noch zwei Stahl und dann haben wir das letzte. Nice. Ich hoffe ja mal, die beeint sich ein bisschen. Ein bisschen Stahl brauch ich noch. Da haben wir's. Da haben wir's. Dann machen wir jetzt hier die Palisade weiter. Ah, komm. Da. So. Dann hier. Kann ich das hier? Das geht tatsächlich. Nice. Ähm. Das gehört ja nicht zu unserer Base. Das gehört ja nicht zu unserer Base. Äh. Ha, 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 ha. Da hin. Mal gucken, ob ich dann die andere Palisade da drin abreißen kann. Schlecht wär's ja nett. Ähm. So. Die kann ich nicht abreißen. Die muss bleiben. Alles klar. Ähm. Ähm. Hier drüben. Da bräuchten wir eigentlich nichts weiter bauen. Äh. Guten Morgen, Sarah. Aha. Stopp. Als erstes. Äh. Frostet freie Flächen wieder auf. Klärt den Himmel auf. Hier, los. Machen wir das wieder weg. Äh. Da war ich stehen geblieben. So. Äh. Mir geht's super. Danke der Nachfrage. À ja. Äh. Wir machen jetzt überall vierer Reihen. Hammer. Gut. Dann. Mann, hier drüben. Einmal daheim mit euch. Die Feinde werden sicherlich wieder irgendwo unterhalb der Maps sein. Ne, traden möchte ich nicht mit dir, danke. Ah, wo sind sie? Da gammeln sie rum, die Wölfe. Und da waren sie weg. Habe ich Speer dabei? Ähm... Ne, natürlich nicht. Oh, da gibt's wieder Loot. Ihr sollt euch bitte alle dahin bewegen. Ja, danke. All right. Wo könnten die drei Runen noch sein? So, ihr verweilt erst mal dort. Nahrung haben wir derzeit genug. Dann... Kommt einmal das hier rein und ein Dürmchen dazu. Ah, wo? Da. Verschwindet die, äh, Marieneinheiten. Okay. Das braucht man nicht. Ähm, hier unten gab's nix weiter. Ne. Dann, äh, fünf Stahl, fünf Leder, fünf Bewohner. Haben wir alles. Das und das einmal. Hier ist... Wo sammelt ihr euch, bitteschön? Dort, okay. 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 Was? Ach, schon wieder Wölfe. Ach, komm schon. Gut. Die sind weg. Ich will den letzten Ruh... Die letzten drei Runensteine haben. Schon wieder Winter? Ernsthaft? Ah, ha, ha, ha. Ah, ha, ha. Wir müssen auch noch den Eschenbaum finden. Hm. Der kann auch wieder sonst so sein. Wie geht's dir denn so, Sarah? Hab ich jetzt total vergessen, nachzufragen. Almost. Ich hoffe nicht, dass das zu den Feinden geht. gehört. Wir gehen wieder da hoch. Schön zu hören. So, ihr kommt hier runter. Von hier wären wir gerne angegriffen. Zwei von zwei, zwei von zwei. Dann einmal. Fürsucht einen Wind. Ich bräuchte eigentlich. Was bräuchte ich denn? Frostet freie Flächen auf. Verursacht einen Wind, der die Geschwindigkeit der Marineeinheiten erhöht. Verursacht die Technologie. Lässt einen Sturm heraufziehen. Steigert die Produktivität von Produktionsgebäuden um 100%. Okay. Das mit nachwachsen lassen gibt es hier anscheinend nicht. Ähm, hier unten waren wir. Da. Ja, es sind noch mehr als genug Leute hier. Was war das? Raseneisen. Okay. Das sieht interessant aus hier. Das sieht interessant aus hier. Wenn das so weiter geht, bin ich in der gegnerischen Base, als dass ich die Runen finde. Das möchte ich aber auch nicht so. Ich möchte gerne die Runensteine vorher finden. Okay. Hier pümmeln auf jeden Fall Gegner rum. Das nenne ich mal ein Gemetzel. Da ist der nächste Runenstein. Nice, nice. Ah, ne. In der Enge geht es nicht weiter. So, welchen haben wir denn? Segen des Braki. Dann gleich mal aktivieren. Das sieht auf jeden Fall nice aus. Ja. So. Hier pümmeln wir rum. Ähm. Einmal da jetzt. Okay. Hier kommt schon wieder Wasser. Doch, ihr bewegt euch. Ne, da war nix. Wo war denn jetzt die Hütte? Äh. Äh. War ja nicht irgendwie noch ne Hütte? I got it. Ich war der Meinung. Ja. Nahrung. Aha. Ah, hier unten kommt's. Ah, ich hoffe unsere Schiffe stehen dann noch da. Ah, das sind wieder irgendwelche Bauern. Gut. Ähm. Wir geben unser Bestes. Das haben wir vorher schon abgeschlossen. Schön. Ja gut, dann haben wir ja hier auch alles aufgedeckt, soweit. Ich sag ja, dann sind die Gegner irgendwo unten. Ich glaube, die Boote sind weg. Scheiße. Da muss noch einer rein. Oder vier. Scheiße. Wenn die Boote jetzt weg sind. Die sind halt wirklich wieder weg. Ich hatte hier vier Boote stehen. Dann muss ich hier nochmal das und das. Großes Boot. Wir nehmen einmal den Wolf. So, was haben wir denn hier Einfluss? Das ermöglicht es dir, Räuber und Reisende Krieger zu rekrutieren. Oh, okay. Oh. Okay. Mach mal. Okay. Sollte ich vielleicht noch eine zweite Werft bauen? Ja, komm. Wir bauen noch eine, wenn sie hinpasst. Ja. Passt. Okay. Bis die fertig ist, habe ich die Boote alle fertig. Okay. 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 Soll ich das da rüber. Da dürfte jetzt nicht viel passieren. Oh. Ich sehe gerade der Stream läuft noch unter Minecraft. Ups. Ähm. Ups. So. Jetzt nicht mehr. So. Hier. Fünf. Ne. Vier Mann reinballern. Ähm. Oh. Steinbock. Was gibt es denn jetzt noch Neues? Nix mehr. Okay. Dann einmal Steinbock. Ganz nach meinem Sternzeichen. Ja. Warte mal. Da haben wir. Zwei. Hier drüben haben wir. Äh. Oh. Tut mir leid. Das hätte ich erwähnen können. Ist nicht so schlimm. Äh. Das geht ein bisschen schneller jetzt, wenn mehr dort sind. Kann das sein? Machen wir hier drei. Drei. Und da drei. So. Einmal da rein. Ich frag mich, ob das ausreicht für meine ganzen Einheiten. Äh. Boot. Darüber. Und jetzt kommt... Ach komm. Immer noch Drache bauen hier. Jo. Boot. Äh. Aber das ärgert mich, dass meine Boote weg sind. Das ärgert mich. Was wollt ihr denn haben? Äh. Ja komm. Hier. Können wir euch geben. Kommer. Das ist nicht das Problem. Ehm. Ehm. Oh. Das nächste ist fertig. Boah. Der sieht ja mal geil aus der Steinbock. Geil Boot darüber Boot auch dahin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11 12 Einheiten passen da rein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19 Oh, das reicht easy Das reicht easy Da hin So, die haben wieder nichts zu tun Hä? Leute, das ist wirklich schnell Alles klar Die haben einfach wieder alles abgefarmt hier Ähm Man, hier irgendwo noch was zum abfarmen Hier oben Da haben wir das Was ist mit der anderen Sammler-Gilde? Droide Hier Ne, da ist noch alles drin Wow Hm Ich wollte jetzt mal so ein stinknormales Boot bauen Ähm Hier Boot Dahin Ich will wissen, für was das ist Was ist das? Ich habe genau drei Stück Nice Die sind drinne Die sind drinne Ey, nicht alle Äh Ach, leg mich doch um Äh, das sind nur Vierer Zwei 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 Na Rein mit euch So Da hin Drei Drei Da rein Boote Du musst näher kommen Da hätten ja doch noch ein paar mehr reingepasst As you wish Vor allem, das ist nur noch ein einziger Ernsthaft? Gehst du bitte ins Boot? Danke So, bis dahin Da haben wir das Boot Kann ich da jemand reinsetzen? Bitte Bitte, bitte, bitte Ähm Hier Zähigkeit Einheiten sind unempfindlicher gegen Wetter Wetteränderung, okay Der letzte Mann Eine Einheit Der im Kampf noch steht Kämpft mit doppelter Effektivität Oh Gott Das ist betesgut Aber die sind ja auch so Unempfindlich Wenn man es mal so nimmt Ach hier Komm Scheiß drauf Ähm Ihr seid jetzt da Könnt ihr in das Boot einsteigen? Lol I got it Okay Äh Ihr müsstet euch eigentlich im Kreis drehen So wie ihr rudert Aber gut Wir sagen mal nix dazu Ihr seid ja nur unsere Sperreinheit Und seid mir sehr lahmarschig Ähm Was könnte man denn jetzt noch bauen? Bevor wir hier weitermachen Noch eine Windmühle? Nee Essen haben wir genug Jagdhütte brauchen wir auch nicht Obstein Haben wir schon Der ist auch voll beladen Waffenschmiede Apropos Waffenschmiede Äh Wo ist die denn? Sammlergilde Holzfäller Haus Lager Das war der Markt Das war das Haus der Ahnen oder so Äh Haus der Ältesten Genau Gerberei Holzfäller Jägerhütte Hab ich gar kein Waffenschmied Lager Ich hab kein Waffenschmied Ernsthaft Loll Okay Das ist jetzt ein bisschen seltsam Nee Holzfäller Hä? Wie kommt denn das bitte schön? Äh So Ein Brunnen muss da auf jeden Fall noch hin So So Ah 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 So Ihr da hin Hm Hab ich Keine Waffenschmiede gehabt Das ist eigentlich eins Was ich als erstes bauen wollte Ähm Ja gut Meine Einheiten Haben jetzt alle noch Billowsachen Müssen wir noch ein paar herstellen Würde ich sagen Wenn ich noch Platz hätte für die Einheiten Der Droide war Da Der nimmt das ein Okay Zufriedenheit Äh Weisheit Hängt von der Nähe der Hängt von der Nähe der Halle der Ältesten ab Ich werde mir jetzt keine zwei Hallen bauen Wer bin ich denn Nee Aber wir brauchen noch ein paar Häuser Die brauchen wir noch Ähm Machst du dich bitte Danke So Ah hier drüben Ja da können wir auch noch welche bauen So Und hier eventuell noch eins Ne Natürlich nett Oh Ach wisst ihr was Nee kommt Ihr seid mir zu lahmarschig Hier Ihr seid nur zu sechst Bewegt euch mal All right Ah 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 Da hinten ist aufgedeckt Da sind wir ja von oben lang gekommen. Okay. Wenn wir hier sind, werden die bestimmt hier unten irgendwo sein. Erst mal Loot holen. Schön, schön. Hier oben dürfte nichts sein und hier dürfte eigentlich auch nichts mehr auftauchen. Da kann ich die anderen drei Boote auch da hinholen. Und zwar da hin. Und du fährst einmal das da vor, dann blockiert ihr euch auch nicht. Hier. Das nächste einmal. Hier haben wir alles aktiv. Hier haben wir alles erforscht. Lager sieht gut aus. Die arbeiten jetzt im Winter nicht. Ihr geht mal auf dem Selbstmordkommando. Ihr schippert jetzt einfach mal bis hier rüber quer durch die See. Entweder wieder angegriffen oder nicht. Dann, ähm, einmal Schild Axt Nein. Ich hab Axt angeklickt und nicht Speer. Was brauchen wir? Hallo? Warum? Irgendwas fehlt doch jetzt gleich wieder. Leder haben wir genug. Stahl haben wir genug. Holz haben wir genug. Ach, dann sind es wieder die Bewohner. Dann sind es die Bewohner. Ähm, du schipperst jetzt bis dahin. Ich hätte vorher das machen sollen, bevor ich die mache. Egal. Ey, warte, stopp. Zurückschuppern. Loot holen. Also, ne, 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 ne. Das machen wir nicht hier. Wir nehmen alles mit. Gucken, taucht das Auge auf. Jep. So, die nächste Einheit ist fertig. Und jetzt, was fehlt? Gar nichts, hä? Ach, ich hab das Gruppenlimit erreicht. Oh. Ähm, ja. Gut. Ihr bleibt hier zur Verteidigung. Bitte, danke. So, und jetzt darfst du wieder bis dahin runter schippern. Ah, ha, 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 ha. Boah, das ist jetzt hier eigentlich, das war Drache, oder? Und hier hinten war Steinbock und Wolf. Wolf, Steinbock, Drache, ne, in Wolf fährt. Okay. On my way. Ihr habt doch schon wieder was aufgedeckt. Hier. Her da mit, äh, mit euch so. Ne? Ja. Ab, machen. Ab, machen. So, dann könnt ihr auch gleich hier das Stück noch mit aufdecken. Seid mal so frei. Oh, 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 oh. All right. Nicht zu weit vorfahren jetzt, bitte. Hier werden bestimmt da irgendwo kleine Boote auftauchen. Oder auch nicht? Hey, Loot. So, kann ich hier wieder forschen? Yes. Was? Dann löscht das doch mal. So laufen sie, die fleißigen Arbeiter. Ach komm, ich schicke euch hier an Land. Scheiß drauf, ihr seid eh nur sechs Mann. Und Boot geht gleich wieder kaputt. Ich warte jetzt, bis du Feuer fängst. Ah, dein Glück. So, ihr schibbert jetzt mal bis dahin, bitte. Und ihr dürft jetzt erkunden. Okay. All right. So, erstmal schön am Rand langlaufen. Hier müsste doch so langsam mal eine Rune auftauchen. So viele gibt es gar nicht mehr, die ich noch finden muss. Ha, wenn man vom Teufel spricht. Feindliche Armee ist aufgetauscht. Beschwür. Ne, keine Wölfe. So, wollen wir mal gucken. Segen des Odin. Äh, verringert die Technologiekosten und die Forschungszeit, äh, der Halle der Ältesten. Ähm. Ja. Die habe ich fertig. Diese Rune kommt mir gerade sehr gelegene. Okay, gegen die haben wir definitiv keine Chance zu sechst. Wir laufen ausrum. Oh, shit. Wir machen den Feigling-Move. Moin, moin, genieß. Oh. Almost. Nein, ihr seht uns nicht. Nein, ihr werdet uns sehen. Oh, loot, loot, loot. Okay, zu dem gehen wir jetzt auch gleich. Dann fehlt jetzt noch ein Runenstein. Ich bin mal im Lurk und lass dich weiterlaufen. Schlaf mal. Ja, viel Spaß beim Schlafen. Äh, 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 okay. Okay, und es ist keine Rune aufgedeckt worden. Ich habe es geschafft. Nichts zu danken. Huch, was war das denn? Sag mal, geht ihr doch mal rein. Ne, was? 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 Boah, was? Aber jetzt, sieh her. Lass mich doch mal. Das ist... Ich will doch nur das Gesicht sehen. Hallo? Ja. Almost. Das sind zwei Gesicht... Oh, lol. Alles klar. Aber jetzt. Geil. Äh, düt, 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 düt. Der hat alles aufgedeckt. Jetzt darfst du bis darunter in die Ecke... Ähm, fährst jetzt richtig? Jo. So, fahr mal bis in die Ecke runter. Ähm, hier. Loot, loot, loot. Alright. Natürlich muss jetzt wieder Winter kommen. Schön. Da ist irgendwas. Ich glaube, da ist eine Mauer. Nö. Einfach nur Grafikfehler. Geil. So, die schippern da hinten lang. Äh. Der letzte Runenstein. Äh. Scheiß, ich muss kämpfen. Ah ja, komm. Scheiß drauf. Alles für Odin. Äh. Gibt's denn heutzutage sowas wie Albträume noch? Der war aber schnell tot. Oh, ich liebe diese Musik. As you wish. Ich liebe diese Musik. Ach komm. Gerade jetzt wieder Ruhe. Oh. So, aber jetzt. Äh. Letzte Ruhe. Letzte Ruhe. Nice, nice. Errungenschaft freigeschalten. Äh. Wir stehen in der Gunst der Götter. So möchte es auch sein. Äh. Zorn der Götter entfesselt, wodurch feindliche Siedlungen zerstört werden. Äh. Ich will ja kämpfen. Ich will ja kämpfen. Äh. Hier hinten, seh mal. Mich wundert's nur, dass ich noch keine Feinde gesehen habe. Und das Boot steht noch. Toi, toi, toi. Äh. Ja, gibt es also für mich schon. Für mich ist es einmal Augen zu. Zumachen kommt es mir vor, als ob nur 5 Minuten vergangen sind, wo ich wieder aufstehe. Und ja. Viel Zeit zum träumen bleibt einem da nicht. Zumal man, wenn man Kinder hat, sowieso mit einem offenen Auge schläft. Haaaah. 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 Die sind stehen geblieben, die Arschgeigen. Das gibt es nicht. Achso. Falsche Richtung. Hier komm, ab runter da. Ihr deckt mir weiter auf, das ist sehr gut. Ja, so einigermaßen. Na. Äh. Äh. Ihr geht nochmal dahin aufdecken, bitte. Danke. Die Feinde hier hatten wir doch eigentlich bekämpft, oder? Nee, die hat sich nicht bekämpft. Genau. Na dann. Aber jetzt kriegt ihr es erst mit, dass ihr abgeschossen werdet. Ähm. Die sind kaputt. Okay. Äh. Das war ein Händler, zu dem wollen wir nicht. So. Hier. Da hinfahren. Ich brauche Loot. Dann. Dann. einmal. Das letzte Stück erforschen. Kann ich wieder? Kann ich? Ja. Äh. 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 Was erforsche ich denn gerade? Wir werden mal hier woin ich nicht ziehe. In der Hand zu lassen. Was? Ah, okay. Die haben sogar schon Kriegsboot. Schön. Okay. Das heißt, wir müssen eigentlich hier von hinten rankommen. Da versuchen wir einfach mal einen Flankenangriff. Das geht mit den vier Stück. Ich könnte allerdings die Rune verwenden. Ob ich das möchte, ist die andere Frage. Alright. Ihr sollt doch... Ah, okay. So, musste ich aber jetzt Stimmen nehmen, weil du laufen hast. Ist kein Problem. Schule geht vor, Sarah. So. Ja, ja, schön. Ja, und? Gewinnen wir es oder gewinnen wir es nicht? Ja gut, das mit dem Flankenangriff wird dann wohl doch nichts werden, wenn das so weitergeht. Genau deswegen. Wir kommen hier nicht hoch. Schäden, schäden, schäden. Dann geht jetzt wieder zum Ruhnstein. Ihr deckt hier weiter auf. Und ich bin auch mal ganz kurz AFK, denn Papas Lunge drückt. Bis gleich. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Boot Nummer 3, fährst du bitte auch? On my way! Schön alles aufdecken hier. Ah, da oben gibt es wieder Loot. Bis dahin. Ich würde gerne hier oben noch irgendwas bauen wollen. Ah, das ist mies. Ihr könnt ruhig ein Stückchen weiter vorfahren. Okay, habe ich da wieder eine kaputte Einheit? Du fährst hier hin. Hier gibt es noch Loot. Ach so. Angriff. Nee, die sind nicht kaputt. Oh, die machen uns kaputt. Ähm. Ähm. Okay. Ihr kommt bitte alle drei ans Ufer. Da sind schon wieder Feinde. Ähm. Aha. Einmal raus mit euch. Raus mit euch. Raus mit euch. Ey, wo wollt denn ihr hin? Äh. Ah. Okay. Da wird Holz gefällt. Alles klar. Oh, most. So. Einmal looten, bitte. Ähm. Ähm. Die... Nee, das waren ja die Feinde. Ja. Da hin. Nee, stopp, 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 stopp. Wir gehen erstmal hier hin. Bevor ich euch den Erdboden gleich mache. Ihr wollt bestimmt wieder Banditen. Genau. Das sind dann die hier. Ja. Das sind dann die hier. Ja. Und mal erledigt. All right. Ihr habt jetzt alles aufgedeckt. Dann könnt ihr hier an Land gehen eigentlich. Einmal zum Turm. Wölfe sind ein leichtes. Da sind noch mehr Wölfe. Ich möchte aber gerne weiter aufdecken. Bevor ich kämpfe. Seid ihr jetzt an Land gegangen? Natürlich nicht. Hä? Das ist wieder ein Händler. Nee, dich brauche ich nicht. All right. Okay. Jetzt muss ich aufpassen. Ich will da hoch. weiter. Dahin. Dahin. Ihr wartet dort bitte. Ich dachte mal, da kann ich doch die hier hochschicken. Und die gehen weiter erkunden für mich. Ja, warum nicht? Okay, ich glaube, die haben das gefixt mit dem letzten Update, dass die Boote anfangen zu brennen. Denn ich habe alle meine Boote noch. Mein Gott! Da ist das Haus des Jarls. Das müssen wir zerstören. All right! Mm-hmm. Da haben wir es ja größtenteils aufgedeckt. Hier kommt Angriff. Ja, das war's. 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 Ey, hier stehen noch Häuser. Los, kaputt man. Ja, das war's. 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 Ja, das war's.